Was soll der Scheiß? Ist nicht so, wie es aussieht. Wonach sieht es denn aus? Weil für mich sieht das nach einem übelst krass verfickten Verrat aus. Ambi, kommst du überhaupt hier rein? Warte mal. Ich liebe dich, Mann, das weiß man. Wer hat dich gekauft, Quinn? Nein, nein, warte mal. Hübe dich nicht ab. Wir bloß nicht ins Gesicht. Das dafür, dass ich dich reingeholt habe. Komm, Chris, wir sind Familie. Du weißt, ich war's nicht. Er hat mich gezwungen. Fick doch mal. Er ist ganz nah. Ich bin da runter, Karl. Geht da runter. Fündet den Pisser. Hey, geht das Ding noch? Bad Buck, du lebst. Du musst da sofort raus. Ich bin draußen. Ich dachte nur, ich könnte dir mit den Antworten helfen. Du weißt, wegen deiner Familie. Dieses Video, das wir gesehen haben. Iraq hat mich danach gefragt. Wollte wissen, was ich weiß über Rose Washington. Rose Washington? Ich weiß nicht, wer sie ist, aber sie ist in dem Video. Iraq sagt, sie ist tot. Okay, danke. Das könnte helfen. Ja. Ja, du und ich? Sind wir quitt? Wir sind quitt. Gut gemacht, Bad Buck. Alles in Ordnung? Äh, hat nicht viel bekommen. Der Upload wurde unterbrochen. Mist. Ich wusste es. Okay. Dann muss ich wohl selbst da rein. Bist du verrückt? Selbst wenn du da reinkommst, hilft es uns nicht. Es ist verschlüsselt. Was erwartest du von mir? Damien hat Nicky. Soll ich ihm sagen, behalte sie ruhig? Natürlich nicht. Das habe ich nicht gesagt. Aber er spielt mit dir. Ja, ich werde es ihm nicht geben, bevor ich nicht weiß, was es ist. Man kann Damien nicht trauen. Das weiß ich. Also gut. Lass uns eins nach dem anderen angehen. Okay? Wenn ich dir Infos beschaffe, kannst du sie entschlüsseln? Nein. Das ist zu hoch für mich. Und wer dann? Was ist mit diesem... Diesen Verrückten? Tobias, der hat doch hier gearbeitet. Okay, das wäre ein Anfang. Okay, aber wir müssen diskret sein. Ich weiß, wie man diskret ist. Sorry. Okay. Okay. Wow. Wow. Raymond Kenny. Das ist unser Wann. Er war ein Software-Ingenieur und am Start von CTOS-Beteiligten. Von ihm ist die Verschlüsselung. Der Autor hat bestimmt eine Backdoor. Er kann es dann schlüsseln. Kenny ist verdammt gut. Dieser Raum ist bestimmt von ihm. Er ist genial. Nein, er ist eine Legende. Und Legenden sind nicht einfach zu finden? Er ist untergetaucht. Über ein Jahr hat man nichts von ihm gehört. Irgendwo muss er ja sein. Er hat jemandet. Er hat man kleine Mioaliśmy auf 근�ựdeiligten. Er hat man 17 2003 he Estado.